Die Hauptaufgabe ist die Abbildung diverser Prozesse in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen auf digitaler Ebene. Hierzu bedarf es zusätzlicher Kapazitäten und diese Kapazitäten wollen wir schaffen, indem wir eine neue Kollegin suchen. Hier wird wirklich jeder sehr schnell aufgenommen, auch richtig eingearbeitet, also dafür wird sich auch die Zeit genommen. Kann man das Leben für Dieter Tausend etwas einfacher machen? Das versucht er zu analysieren, aufzubereiten und Lösungen dafür zu finden. Wir haben tolle Arbeitsumgebungen, tolle Kollegen. Jemand, der einfach so die Affinität für die IT hat und aber sich gleichzeitig auch mit dem Autohaus auskennt, die Prozesse kennt und das dann vereint. Guckt, wie man es bei uns im Haus umsetzen kann und dann an unseren Entwicklern eine Vorgabe schreibt. Wir suchen sie und ich bin überzeugt, wir finden sie auch. Warum? Weil wir es wert sind und weil sie es wert sind, mit uns im Team gemeinsam Erfolge zu feiern. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.